Hallo! Zur Adventszeit, liebe Kinder, bringen wir heute zu euch Rudolf, das kleine Rentier. Genau. Es sollte eigentlich noch allen gut bekannt sein. Und wir legen los. War ein kleines Rentier, Rudolf wurde es genannt. Und seine rote Nase war im ganzen Land bekannt. Sie leuchtet nachts im Dunkeln, heller noch als jeder Stern. Doch zim war Rudolf traurig, denn nicht einer hat ihn gern. Dann an einem Nebeltag kam der Weihnachtsmann. Rudolf, zeige mir den Weg, führ den Schritten sicher an. Nun hat er viele Freunde, überall ist er beliebt. Weil es nur einen Rudolf mit der rote Nase gibt. Okay, fröhliche Adventszeit euch allen.